hallo und herzlich willkommen zurück zu brilli royal spielt terraria da sind wir wieder und ja mit mir ist dabei der gute hallo ich wollte aber eigentlich mit diesem geräusch diese folge wir haben nämlich in der letzten folge hier unten was neues entdeckt also das aber verdammte hier ist der wurm wie groß mag er sein ist ein mini wurm trotzdem mache ich mir hier das lava zu ich kann hier nichts planten noch kann ich vielleicht ist das dieses end stone oder so wie bei minecraft dass wir jetzt dann nicht mehr tiefer können darf das mal versuchen hier so quer dadurch spannung meine damen und herren spannung wo sind wir hier wahrscheinlich die aber das hat nichts mit der tiefe zu tun hier das zeug da irgendwie ich muss das mal näher kann man nicht decken von ihm sind zum beispiel man kann aber nicht abbauen hier ist sowas wie obsidian im hintergrund oder so möglich der sogenannte hintergrund obsidian ich hätte mir jetzt irgendwelche ich hätte mir spektakulärer gewünscht sowas wie schafft nun mit krassen sachen drin also nix komischer hintergrund das war es dann wohl wäre es real also nichts spannendes erlebt wir haben das so krass angekündigt dass jetzt hier die mega kacke am dampen ist ja nichts hier ist hier aber auch noch ein komischer hülle ist auch noch ein komischer hintergrund der selbe ne ein anderer der selbe ach das ist doch alles was ist das denn hier ist irgendwas was war denn das soll ich mir jetzt eingesammelt sagt ich dir war das nie ok hi wer ist neu ja was ist denn hier hallo und wie kommen wir schon noch mal die blaue party hier ja lass mal ach so lass mal weiter runter oder ja hier ist aber jetzt andere hintergrund hölle diablo das ist aber jetzt wirklich dein untergrund hier da ist ganz viel zeug hier ist ganz viel zeug unter uns siehst du das auch sparkeln ja ich sehe das auch das ist cool wenn du das benutzt dann sehe ich das auch siehst du das auch sparkeln ja ich sehe das auch das benutze ich das auch geil du hast angst ich habe hier ein bisschen tanze vielleicht ist das ja die ergiebigen regionen ah schön den ganzen staff einsammeln jeder da glänzt da glänzen die augen da freut sich das herz ist diese blöcke das ist nicht so nervig bei minecraft die fallen immer runter und so hier ist aber auch erzbog heiliger schmodderdreck hier hätten wir gold sehr schön hol das mal holst du das mal Übrigens haben wir ja heute StarCraft aufgenommen, um nochmal zu trainieren, wir müssen ja bald mit den Plays mit Manchester's weitermachen. Ich kann nur sagen, dieser Junge, bei dem ist einfach Hauptpunktmals verloren. Alter, was willst du? Wo baue ich denn Marines? Keiner Rack. Wo BBFs? Jetzt laberst du über eine Scheiße, Mann. Auf jeden Fall haben wir ja einiges an Tanzen, das ist schon mal nicht schlecht. Ist das jetzt wieder ein neuer Hintergrund, oder war das der von eben schon mal? Was haben wir denn hier für ein Ohr? Oh, da ist noch viel mehr Ohr. Wir graben immer tiefer, Leute, das ist hier. Wir hören nicht auf, wir können es nicht lassen, wir lieben es. Die Gefahr. Geil, ey, schon wieder tanzen. Wir müssen uns nämlich auch mal die ganze Rüstung aus Tanzen machen. Haben wir nicht schon sogar aus Tanzen, die... Ein paar Sachen haben wir ja, aber noch nicht alle, glaube ich. Kann man nicht ein Schwert auch aus Tanzen machen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube aber Gold war besser als Schwert, oder? Ich bin mir nicht sicher. Boah, da hinten ist auch noch mal ganz viel Tanzen, ich grab mich mal nach da. Ja. Also Tanzen ist ja hier ähm, das Replacement von äh, 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 nicht Diamond, von äh, nach wie heißt denn das? Platin, oder? Platin? Ja. Ja. Ja, in normalen Welt gibt's Platin, Gold, Eisen, Copper, und hier gibt's Tin, äh, anstatt Eisen gibt's ähm, äh, nach wie heißt es, äh, Led. Tin, Led, äh, Gold und Tanzen. Ja. Oh, ich glaube hier sind wir unten. Komm mal zu mir. Ich hab aber noch ganz viel Tanzen auf meiner Seite. Ja, ich kann ja gleich holen, aber ich glaube hier sind wir unten jetzt. Wir sind fertig. Weiter runter geht's nicht, hab ich das Gefühl. Hier ist irgendein ganz komischer Hintergrund. Siehst du? Ja. Da ist aber noch irgendwie so eine Höhle, da kommt man noch hinten, glaub ich. Da können wir mal gucken gehen, ne? Wir nehmen uns ja nicht umsonst die Erforscher. Tiefer Grotten. Und was ist, wenn man da runterfällt, dann ist man tot, oder was? Keine Ahnung. Oh, oh, Platin, ich weiße. Unsere armen Hausbewohner sind jetzt da oben ganz alleine. Da ist sogar eine Fackel und sowas da drin. Das ist bewohnt. Da ist der Teufel. Hallo, El Diablo. Ashblock. Oh, oh. Oh, guck mal. Alter, lass abbauen, ey. Ganz ehrlich. Die haben 140 Leben. Ja. Wissen wir, wie wir die kaputt kriegen? Ne, keine Ahnung, aber... Aber... Ich hab dir auch gesagt, hier ist der Teufel. Wenigstens kommen die hier nicht durch, ey. Ich dachte schon, die kommen jetzt hier durch. Oh, das sind doch noch brennende Fledermäuse, Alter. Ja, wahrscheinlich kriegt man da die richtig geilen Items da unten. Ja, aber ich glaub nicht, dass wir davon irgendwie, äh... Komm, wir probier mal eins zu killen hier mit deinem Boomerang. Mal gucken, was die abkönnen. Ja, wie soll ich da hin? Ja, ich muss jetzt mal wieder hochkommen. It's getting hot in here. Achievement. Boah, Alter. Ich weiß nicht. Ja? Ich dachte eher hier oben, hier an der Ecke. Ja, wie soll ich den... Der muss doch hier durchkommen. Hier ist doch noch ein zweiter. Der fliegt ab und zu mal hier hoch. Guck. Warte. Okay, die schießen irgendwelche Trassen-Dinger, auf jeden Fall. Na, wo man rankommt? Kommt hier nicht durch. Warte mal, ich wirf mal ne Bombe. Alter! Das bringt nichts. Ja. Alter! Es war so klar. Es war so klar. Das letzte Ding killt mich. Es war einfach so klar. Ja, ich hab dein Zeug aufgesammelt. Ja, da komm ich nie wieder hin ohne Equipment. Ey, 100 Pro nicht. Ich kann aber auch nichts mehr aufsammeln jetzt. Ja, ich weiß. Ich glaub, der einzige Weg ist, du nimmst die wichtigsten Sachen und kommst mit dem Spiegel, den ich gleich auch verloren habe, wieder hoch. Also, du nimmst mein Equipment. Das sind diese Schuhe. Du nimmst die Wolke in der Flasche. Du nimmst dieses Webding, was ich hatte. Du nimmst das ganze Tanksten. Du nimmst das ganze Tanksten. Meine Gold-Spitzhacke. Mein Gold-Schwert. Ja, und meine Rüstungen. Den Helm. Hab ich denn dein Schwert? Ne, aber ich krieg dein Schwert nicht. Ich bin grad dabei, versuch grad dein Schwert irgendwie zu kriegen. Ist aber nicht so ganz einfach. Ja, wenn du es gar nicht kriegst, landen lass es. Jetzt hab ich doch irgendwas gekriegt, oder? Alter, hier oben geht jetzt auch die scheiße Luzi ab, ey. Kacht weg. Und ich hab keine Glück mehr. Wie sieht der Spiegel aus? Der ist so blau, groß. Du hast hab ich schon mal die Scheiße hier zugemacht. Alla, unser, unser, unser Howard, der alte Mann, der geht ab, ey. Der hat schon zwei Zombies hier erledigt. Ich kann nix machen, weil ich keine... Ich hab nur so'n Fuck. Also nimm auf jeden Fall alles Tanksten mit. Und mein ganzes Equipment, bitte. Bin dabei. So unwichtiges... Und die, diese gelben Glow Sticks nimm die auch mit, die Spelunker Glow Sticks. Meine Schnellrennschuhe. Die hab ich schon. Versteck mich hier, ey. Hast du den Spiegel gefunden? Ja, der liegt noch da. Krass, hier kann man gucken. Du bist auch ein Scheiß dabei. Die ganzen Baumaterialien, die ich dabei hatte, die kannst du da lassen, die sind scheißegal. So, jetzt hab ich alles Wichtige. Ja? Ja. Außer die Kisten hab ich jetzt nicht mitgenommen, die Kisten sind scheißegal. Ja, ja. So, jetzt benutze ich einfach den Ice Mirror, oder was? Oder was? Nee, den Spiegel. Einfach klicken. Hallo. Oh, da ist er. Jetzt mach mal hier... Oh krass, was ist denn hier los? Ja, clear mal jetzt. Oh, Alter. Ich muss mich hier voll verstecken, ey. Ich hoffe, ich krieg dieses Auge kaputt. Hilfe! Ach, die können die Türen aufmachen. Ja, das ist Blood Moon, Junge. Was ist denn da oben mit dir? Machst nix. Ach, ich hab mein Ding nicht mehr. Was ist das denn für Dinger, ey. Whippler. Whippler. Ich hab jetzt heimabgelaufen, aber was muss das denn? machen wir jetzt hier noch fertig ja ich gebe dir auch deine sachen dann wieder bei den ganzen sachen die ich aufgesammelt weiß man was cooles gejobbt hat jetzt dieses monster überhaupt aber haben ja wie tot gekriegt aber der preis der war zu hoch wie bei den bomben so ist jetzt hier mal ruhe können wir jetzt mal sachen tauschen jetzt kommt noch einer von unten immer schnell ein paar sachen hier so so das ist ein schwert ich habe jetzt eine tür Das ist gut. Keine Ahnung, ich geb einfach alles, was ich gefunden hab, was ich vorher nicht hatte. Hat das auch vielleicht gedroppt, dieses andere Zeug. War das alles, oder was? Ich guck gleich, er kämpft. So, das hier sah noch aus, das hatte ich vorher noch nicht. Hattest du denn dieses eine Ding? Silber irgendwas? Nee, nicht Silber, Web. Wo ich nicht wusste, was es ist. Webrobe? Nee. Also mir fehlen auf jeden Fall noch Rüstungen. Schuhe und noch irgendwelche Accessoires. Ein Helm aus Tanks wahrscheinlich. Den hab ich nicht. Ich versteh diese Bäuer nicht. Also sonst nichts mehr, oder was? An Equip-Sachen. Nee. Krass. Da hab ich die Hälfte verloren. Naja, egal. Können wir nicht ändern. Dann würde ich... Ach, da oben steht die Tür. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir hier oben, denke ich mal, ein Fight machen. Also, bis dahin. Also, Tanzen hast du alles mit, ja? Ja, die ganzen Baumaterialien haben ich mit. Dann machen wir mal die ganzen Tanzen-Bars in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Macht es gut, liebe Leute. Ciao, ciao. 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 Ciao.